Hey, ich bin Abdallah Abbas und der Spitzname ist Abdi. Ich komme aus Bagdad, aus dem Irak. Ich bin seit zwölf Jahren in der Schweiz. Ich bin Skateboarder und Botschafter bei Gorilla. Vor zwölf Jahren kam ich nur mit meinem Vater zuerst in die Schweiz. Ich habe mit meinem Vater am Anfang im Kanton Nidwalde gewohnt, also in der Innenschweiz. Drei Jahre später kam meine Mutter auch noch. Ich würde gerne Skateparks bauen. Nicht nur in der Schweiz, sondern ausserhalb der Schweiz. Vor allem lernen zu gehen. Das ist ein Prozess, das geht von heute auf morgen. Für mich ist das Wichtigste, dass ich meine Familie, meine Kollegen, möglichst fest in meinem Kreis drin habe und mit ihnen ehrlich und gut kommunizieren kann. Eine mega gute Möglichkeit ist gemeinsam Essen. Spannende Musik Spannende Musik Bis zum nächsten Mal.